Hallo, mein Name ist Peter Jussen, ich bin der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Stolberg und kandidiere bei der Kommunalwahl für die SPD im wunderschönen Mausbach für den Rat der Stadt. In der fünften Woche, unserer Wir-müssen-reden-Tour 2.0, wird es um die Schwerpunkte Sicherheit und Ordnung gehen. Das sind wichtige Themen, die die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt betreffen. Viele Menschen in Stolberg sind der Meinung, dass speziell in der Innenstadt die Kriminalität besonders groß ist. Diese Wahrnehmung ist aber falsch, wie die jüngsten Zahlen der Polizei über die sinkende Kriminalitätsentwicklung deutlich aufzeigen. Weswegen aber haben die Stolbergerinnen und Stolberger dann diesen Eindruck? Wie gehen wir damit um? Was hilft eurer Meinung nach, das Sicherheitsgefühl der Menschen positiv zu verbessern? Ich habe in den vielen Berufsjahren als Polizeibeamter beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass vor allem stetige Präsenz der Ordnungsbehörden durch Fuß- und Fahrstreifen das Sicherheitsgefühl der Menschen positiv beeinflussen. Sollen wir deshalb nicht die noch bestehende Ordnungspartnerschaft zwischen dem städtischen Jugendamt und Ordnungsamt sowie der Polizei wiederbeleben, die genau diese Streifen beinhaltet? Sollen wir nicht mehr Zeit in Präsenz für Jugendliche und junge Erwachsene investieren? Auch die Sicherheit im Straßenverkehr und auf dem Weg zur Schule ist ein wichtiges Thema. Wie können wir unsere Kinder besser schützen? Müssen die Kinder unbedingt bis zum Schuleingang gefahren werden? Oder gibt es andere Möglichkeiten, das morgendische Verkehrschaos an den Schulen zu verhindern? Sicherheit und Ordnung ist ein weites Themenspektrum. Hierzu ist uns eure Meinung wichtig. Teilt sie uns doch einfach mit oder meldet euch am nächsten Freitag um 19.30 Uhr in unserer Zoom-Konferenz. Untertitelung des ZDF, 2020